Am Oregonien sind die Nürsteiten für Stafeterstunde Nachrichten. Die Stellenheimseiten sind jährlich für der Wahl Essen für das Unterheimpark-Picknick. Vanilla oder Chunkie-Munker. Ich bin froh, brachten wir diesglieben rechtlich dem Platz, weil wir sonst willicht nicht all die schonen Beobachten, die ich vorbereiten habe. Bei mehreren Gegeltheimen habe ich reichthalten Aromen von Vanilla-Eis genossen. Ist jeder hohen, dass dieser Nachteil ist weichstig? Andere Mal habe ich nicht Monds-Esser ganz so viel. Ich bin uns im Freiden. Chunkie-Munkie hat so viele Stücke in er. Aber Vanilla hat keine Stücke überhaupt. Sie sind beiden mit Milch. Von Kuhn. Kuhnmilch geben, sie sehen. Die Sack mit dem Vanilla ist es eine Bekat groß. Hören! Hören wir sie, du Stückscheiße! Ich höre, was sie über das Chunkie-Monkey sagen. Ich frag sie bestimmen. Ich weiß nicht, wer dir sprechen. Aber ich würde grün hören, sie sagen es inut von mir. Und ich glaube auch, dass Chunkie-Monkey's Anspruch nicht stehlen kann Kontrolle. Einhalt, es Taschlingaffen? Nein, übergehabt. Keiner. Du weißt, was ich an einem heißen Zacktug geheißen? Pudding. Freunde, Liebenhaber, ich möchte Ihnen sagen, ein kleiner Gestalt. Es geht um drei Baren. Sie liebt in der Walden. Mach mal, defecate it dort. True story. Danke, alle. Ich bin so stolz auf alle. Die Oregonien, der wucht, ausgewaltt Vanilles für Firma seinen Picknick. Die Redeketon konnte zwar hart erkämpften, obwohl der in Reich nicht nie wird erspoken. Ich erzählt Ihnen ein Gestalt über Bären. Es war das Harteste, was ich jemmer getan habe. Willen, eines altes Mann. Vielleicht, wer er schön und sehr sagt, sieh am Ohren. Amen.